Ingo Oschmann hier, Zauberkünstler, Comedian. Am 26.03. präsentiert die Hansestadt Attendorn, meine große magische Online-Show. Eine Show, die es so auf einer Bühne gar nicht zu sehen geben kann. Optische Phänomene, die euch die Sinne verzweifeln lassen. Das gleiche gilt auch für die Zauberkunst. Wenn ich 500 Kilometer von euch entfernt in meinem Büro sitze und aber eure Gedanken lesen kann, dann haut einer schon die Schuhe weg. Ich freue mich sehr, wenn wir uns sehen am 26.03. präsentiert von der Hansestadt Attendorn. Karten exklusiv über die Stadt Attendorn, über meine Homepage oder über Reservix. Wir sehen uns und ich freue mich auf euch.